So, da kommst du mit. Na 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 na. Wir wollen mal gucken, bis wohin das geht, wenn ich das bis auf den Boden mache, wo das hinführt. Aber von Plätzen wird das wahrscheinlich richtig demnächst sein, denke ich mal. Komm runter. Kommst du hier wohl runter? Wie weit ist denn das noch? Achso, wir sind fast da. Zack, zack, nein, du da nicht hin. Zack, zack, zack. Ja, und das muss ich mit dem anderen genauso machen und dann hätten wir da schon gar keinen Platz mehr. Das heißt, mit den Öfen würde das ja auch nicht funktionieren. Okay, das war jetzt irgendwie sehr, sehr grob von mir. Ja, Game Mode 0. Da haben wir natürlich auch keine Wolle mehr, war klar. Ne, komm, dann holen wir uns, äh, den. Holen wir uns die Wolle mal kurz wieder. Wolle. Genauso mit dem Ofen. Das war natürlich jetzt auch in dem nicht von mir, dass ich den dann so rausgeschmissen habe. Eben mit dem, nein, nicht mit dem. Mit der. Ofen. Kommt da ein Ofen hin, zack. So, und dann muss ich mit dem anderen Glas genau da so irgendwie runterkommen. Was muss ich denn hier vorne ja auch machen? Das geht doch alles gar nicht. Weil sonst fließt die Lava da auch noch runter. Also irgendwie würde das überhaupt nicht funktionieren so richtig. Also ich muss jetzt einfach mal mit dem hier auch noch hoch. Obwohl ich es zwar gerne... ...zwar gerne machen würde, aber ob das funktioniert, ist die Sache. Von der Treppe her passt das auf jeden Fall genau. Es geht immer direkt an der Treppe vorbei. Das ist natürlich genau geil. ...dass das so gut funktioniert. Den brauchen wir natürlich da eigentlich nicht mehr. Sondern nur noch den hier. Jetzt muss ich mit... ...dem da hinten glaube ich auch noch runter. Glaube ich, wenn ich mal richtig gucke. Mit welchen muss ich jetzt hier noch runter? Mit dem hier noch. ...dass wir uns wahrscheinlich da noch einen kleinen Keller bauen. Weil wir hier alles verbauen. Na gut, dann müssen wir es wohl doch machen. Ist auch nicht schlimm. Dann bauen wir halt doch noch einen Keller vom Leuchtturm. Wo wir unser Heimchen aufbauen. Wie wär's? Ich würde die Sache eigentlich sogar ziemlich... ...geil finden. Na 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 na. Und jetzt müssen wir nur noch mit dem noch runter. Und dann sind wir durch. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch den hier ziehen. Der direkt da dran ist. Der hier. Jetzt müssen wir nur noch mit dem runter. Und dann haben wir es fertig. Und dann können wir da oben die Lava reinsetzen. Und dann können wir es da durchfließen. Und dann werden wir wahrscheinlich unten wirklich keinen Platz mehr haben. Das wäre das Nachteil daran. Und dann... Und... Zack. Wollen wir es wagen? Wollen wir die Katastrophe wagen? Lava-Eimer. Ui. Und dann fließt die Lava. Und dann fließt sie. Und ich bin gespannt. Wann und wie sie unten ankommt. Hilfe, wir kommen hier gar nicht mehr raus. Doch, kommen wir doch noch. Gut. Die Lava kommt. Ja, ja, sie kommt. Die Lava ist unterwegs. Und will uns nun abschlachten. Warum eigentlich abschlachten? Sie ist doch nur einfach heiß. Warten, bis sie runterkommt. Wie sie alles langsam ausleuchtet. Ich hoffe, ich habe hier keinen Fehler mehr gemacht. Aber es passt perfekt. Sie läuft da rein ohne Probleme. Und wenn man jetzt von hier noch gucken, dann sieht man hier, dass der Leuchtturm von hier... Eben... Nein, das verbrennt alles. Scheiße. Ach, du großer Gott. Aber wieso verbrennt die Lava... Äh, die Wolle da? Und da hinten nicht. Ach, du großer Gott. Das hält gar nicht. Das ist zu dicht. Ja, hör mal auf zu brennen. Hör auf. Ach, du Kacke. Mist. Lava muss weg. Die Lava muss weg. Die Lava muss weg. Die Lava muss weg. Aber schnellstmöglich... ...muss die weg. Das geht gar nicht. Das brennt. Ah. Guckt euch unseren Leuchtturm an. Scheiße. Ach, du großer Gott. Da habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Das ist halt brennt. Hör auf zu brennen. 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 Nein, 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 nein. Hör auf zu brennen. Hör auf zu brennen, Mensch. Bist du bescheuert. Alter, nein. Unser ganzer Leuchtturm. Ach, du Schande. Ach, du Kacke. Oh, Mann. Das gibt es ja jetzt gar nicht. War auf zu brennen. Verdammt. Oh, Backe. Und das ist jetzt das Ergebnis von unserem Leuchtturm. Er ist fertig. Du große Scheiße. Hilfe. Das haben wir ja... Oh Gott, da habe ich ja gar nicht mit eingeplant. Das geht ja nicht. Das brennt weg. Ach, du große Kotze. Oh, nee. Jetzt muss ich das alles nochmal neu machen. Nein, die müssen nicht alles nochmal neu machen. Jetzt müssen die ganzen Ecken erstmal wieder gestopft werden. Ach, du großer Gott. Und ich dachte, das geht alles. Aber daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Dass das Ganze ja wegbrennt. Das war ja alles mal nicht. Das ist ja alles mal dazugekommen. Aber das habe ich natürlich jetzt gar nicht auf dem Plan gehabt. Hilfe. Geh mal runter. Runter, runter, runter. Ich will runter, ich will runter, ich will runter, ich will runter, ich will runter. Ich will runter, ich will runter. Also unsere Mission, Lager, äh. Leuchtturm, die zieht sich natürlich noch. Wie ihr seht. Wie ihr seht, wie ihr seht. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Ecken hier neu machen. Alles das, was weg ist. Jetzt muss ich mal nach unten. Aber ein Glück ist es... Oh, wie viele Fackeln hier geflogen sind. Ein Glück ist relativ übersichtlich. Und man weiß, wo was fehlt. Ah, so. Game Mode 0. Und dann muss ich mir jetzt hier wieder weiße und Dingswolle reinholen. Game Mode 1. Jetzt brauchen wir weiße Wolle und rote Wolle. Weiße Wolle. Weiße Wolle und... ...rote Wolle. So, dann muss man mal gucken, wo hier was fehlt, ne? Da fehlt auf jeden Fall weiße Wolle. Na 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 na. Da fehlt rote Wolle. Ein Glück ist es relativ übersichtlich und man weiß, wo was fehlt. Sonst würde ich mich wahrscheinlich auch zu Tode ärgern. Die rote. Eins, zwei, drei. Habe ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht? Nee, gar nicht wahr. Hier ist weiße Wolle. Und da kommt wieder rote Wolle. Die füllen wir dann hier wieder auf. Da wieder auf. Dann kommt wieder weiße Wolle. Schade, dann funktioniert das mit dem Lavaladern nicht. Wie ich mir das gedacht hatte. Vielleicht werde ich immer in meiner Kopiewelt das Ganze mal ausprobieren. Vielleicht kriegen wir es noch anderweitig hin. Und dann können wir das hier im Let's Play machen. Aber wenn es natürlich nicht funktioniert, dann müssen wir das leider ganz lassen. Schade. Ich habe gedacht, das funktioniert. Ich hätte mir das so gerne vorgenommen. Schuhe war schon gerne. Oh, da fehlt noch über eine Menge. Das Stückchen, wo viel fehlt, kommt ja sogar noch. Das große Umgucken kommt ja noch. Wie schnell das einfach anfängt zu brennen. Dann brennt einfach alles und dann kommt man da gar nicht mehr hinterher. Das ist ja widerlich. Ja, das ist der Nachteil an Feuer bzw. Lava. Das brennt wie Hulle. Das war ja eben ein Schock. Ich habe gedacht, das ganze Leuchtturm bricht zusammen. Aber, naja, ist er ja einigermaßen auch. Aber ein bisschen leben tut er ja doch noch. Hat er also gleich beim Bau schon den ersten Schock hinter sich. Na, Leuchtturm, du hast es, glaube ich, überstanden. Du hast den Schock bereits gleich am Anfang erlebt, kurz bevor er überhaupt fertig war. Also, ich glaube, der ist erstmal durch mit seinen Niederlagen. Es sei denn, es passiert natürlich gleich demnächst nochmal irgendwie sowas. Dann wäre es natürlich nicht der Fall. Aber. Das will ich jetzt mal nicht hoffen. Oh, alter Schwede, haben wir da ein Schwein gehabt? Ich glaube, dass das nicht ganz der halbe Leuchtturm war, der da wieder zugrunde gegangen ist. Meine Güte, hätte ich mich hier, glaube ich, zu dumm geärgert. Vor allen Dingen, weil das mal alles gut oder einigermaßen fertig ist. Und wenn man das dann alles da... Oh, das wäre ja... Hilfe. Ich glaube, da hätte ich mich dumm und dämlich geärgert. Habe ich ja sowieso jetzt schon. Naja, nicht dumm und dämlich, aber es ist schon leicht ärgerlich, was wir da gemacht haben. So, dann kommt wieder Weiß und dann kommt hier wieder Rot. Und was fehlt hier? Hier fehlt auch alles. Hier fehlt Weiß. Hier fehlt Rot. Rot, Rot. Und dann fehlt da wieder... Gehst du mal da hin? Und dann fehlt da wieder Weiß. Der Leuchtturm ist völlig auseinandergefallen, auseinandergefallen, auseinandergefallen. Der Leuchtturm ist völlig auseinandergefallen. Gehst du mal da rauf? Zack. Und dann kommt hier wieder Weiß und Weiß. Hier geht es jetzt mit Rot weiter. Oh, ne, ich da hin. Rot, Rot. Weiß, Weiß und Rot, Rot und Weiß, Weiß. Jetzt müssen wir hier... Ne, ich will nicht hoch, ich will runter. Ich will nicht hoch, ich will runter. Fliegt erstmal ganz runter. Ei, 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 ei. So, hier fehlt wieder Rot. Zack, zack. Und Weiß und Rot. Red, Red. Und White, White. Ey, 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 ey. Meine Güte. Dann haben wir uns mal eine kleine... Dann haben wir uns mal was erlaubt hier mit dem... Mit der Lava. Das ist alles, alles Strafe, dass wir hier mit dem Game Mode arbeiten. Das ist alles die Strafe. Wohin ist mir da mit der Schlucht. Dann hier das Verbrennen mit der Lava. Das ist alles die Rache von... Vom lieben Gott. Dafür, dass wir hier so... Cheaten in einem Spiel. So wie es sich... Sich überhaupt nicht gehört. Das ist eiskalt, die Rache. Aber wir nehmen es ja mit Humor. Wir nehmen es ja mit Humor. Wir kennen das ja schon. Also, irgendwelche Fehler sind ja immer gedacht. Also, wie ihr seht, baut im Endeffekt nicht mit Game Mode. Es bringt euch auch nicht schneller voran, wie man sieht hier. Man wird hier auch nur von Fehlern überladen. Klappt auch nicht so, wie man das vorstellt. Oh, das letzte Eckchen. Das ist die Leuchttung wieder vollständig. Das letzte Eckchen. Dann ist unser lieber Leuchtturm wieder vollständig. Nein, nicht die Axt. Die rote Wolle bitte. Zack. Zack, zack. Und zack, zack. Und zack, zack. Alter. Und weiß. Weiß und rot. Und unser Leuchtturm ist wieder vollständig. So, wie er gehört. Sprich, die Fackel nicht. Wir müssen die Fackel nochmal wieder hinsetzen. Ich gucke jetzt erstmal, ob wir jetzt kein Eckchen mehr vergessen haben, ob der wirklich jetzt so ist, wie er hingehört. Ob kein Block fehlt. Wie ihr seht, hier fehlt nämlich schon wieder was. Rot. Rot-Weiß. 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 So, ich glaube, jetzt sollte er wieder so sein, wie er gehört. So wie es aussieht, fehlt es da wirklich auf keiner Seite mehr irgendwelche Wolle oder sonstige Mist. Dann können wir jetzt nach unten und uns kurz die Fackeln wieder ins Inventar holen. Da sind 64 Stück. Game Mode 1. Und dann holen wir uns mal kurz die gestlichen Fackeln noch überall ran, wo was fehlt. Da fehlt eine. Zack. Und zack. Und zack. Da oben fehlt, glaube ich, alles, ja. Wie fehlen sie alle? Hier oben fehlst du. Dann fehlst du. Und dann 1, 2, 3, äh, 1, 2, 3, 4, 5. Diese Seite müsste richtig sein, na ja. Dann bist du vollständig. Dann fehlst du hier. Du bist vollständig. Du fehlst. Da fehlst du. Und ansonsten bist du hier auch vollständig. Juhu. Jetzt fehlst du noch da oben. Und das war's. Alles wieder vollständig. Nee, 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 nee. Da fehlt rote Wolle. Oh, Mist. Setzen wir jetzt gegen die Weiße ein, was soll's. Haben wir eh noch genug davon. Hi, 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 di, 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 di. So, jetzt ist unsere Leuchtturm wirklich wieder vollständig, so wie er geplant ist. Gehen wir kurz wieder runter. Hi. Und dann gehen wir mal kurz hier rein und mal kurz gucken. Jetzt haben wir ja wieder Platz hier. Jetzt können wir uns übrigens mit dem Cobblestone wieder... Fehlt da eine Treppe. Tatsächlich, hier fehlt die... ...die Stufe. Die Pflasterstein-Stufe. Die Pflasterstein-Stufe. Zack. Kommst du da wieder hin. Und ansonsten ist das Ganze vollständig. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ach ja, genau. Ich kann da unten den Block. Den setze ich mal wieder rein. Du kommst mal wieder weg. Wo ist der Cobblestone-Block? Dann kommst du... Hä, wo ist denn der Cobblestone-Block? Hä? Bin ich jetzt irgendwie blind? Oder wie war das? Oder wo? Wo ist denn der Pflasterstein-Block? Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone? Ich glaube, ich finde den Cobblestone-Block nicht mehr. Da oben. Mensch. Meine Güte. Du kommst natürlich da wieder rein, weil... ...dich brauch mir jetzt erstmal nicht. Aber was ich mal auf jeden Fall machen werde, ist... ...in der Kopiewelt... ...oder ich werde mir jetzt hiervon dann gleich wieder eine Kopie erstellen. Und da werde ich mal gucken, ob wir das tatsächlich wirklich nicht mehr anders mit der Lava hinkriegen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das muss doch irgendwie gehen, dass wir das hier drin ausleuchten, ohne... ...dass uns die Wolle da verbrennt. Denn das ist natürlich Mist. Aber ansonsten ist unser Leuchtturm jetzt erstmal... ...fertig, Leute. Wir haben das Projekt Leuchtturm jetzt erstmal so gut wie fertig. Fehlen nur wirklich die... ...einzelnen Einzelheiten. Und dann kann der Leuchtturm erstmal da so bleiben, wie er ist. Dann ist er wirklich erstmal... ...komplett... ...fertig. Und dann würde ich jetzt erstmal in dieser Atmosphäre... ...mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Das reicht mir jetzt erstmal. Jetzt haben wir so viel hier schon geschafft. Einen kompletten Leuchtturm haben wir hier stehen. Wir haben... ...zwei verschiedene Schicksale erlebt. Einmal in der Schlucht in der Lava gestorben. Und einmal hat uns die Lava den... ...halben Leuchtturm hier auseinander genommen. Also ich glaube, wir haben jetzt hier schon wieder einiges durch. Und ich brauche erstmal damit erstmal eine Pause. Erstmal wieder erholen. Auf jeden Fall... Ich freue mich, dass der Leuchtturm endlich fertig ist. Dass der hier schon mal steht. Wie er sein soll. Wie gesagt, mit der Innenausleuchtung bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Also da würde ich mal ein bisschen in der Kopierwelt noch rumprobieren. Ob sich dann auch vielleicht noch irgendwas machen lässt. Aber ansonsten... ...ist der Leuchtturm erstmal standhaft. Und das nächste Projekt ist natürlich die Brücke. Das ist ja ganz klar. Aber jedenfalls... ...ist der Leuchtturm jetzt erstmal fertig. Und dann... ...wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Und bedanke mich fürs Zuschauen, wenn ihr es bis hierhin... ...erstmal durchgehalten habt. Und dann sage ich Tschüss und bis zur nächsten Aufnahme.